Ein Hafen-Sicherheitszentrum, internationale Zusammenarbeit und ein anonymes Hinweisgeberportal. Damit möchte die Allianzsicherer Hafen aus Vertretern der Sicherheitsbehörden und Hafenwirtschaft den Drogenhandel eindämmen. In dem EU-geförderten Projekt arbeitet Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher eng mit seinen internationalen Kollegen zusammen. Wir sehen in Rotterdam und Antwerpen, wenn wir von Hamburg aus blicken, was uns bevorstehen würde, wenn wir nicht mit Entschlossenheit gegen den Drogenschmuggel in unserem Hafen vorgehen. Denn Antwerpen und Rotterdam sind seit vielen Jahren betroffen von großen Mengen an, insbesondere Kokain, das aus Südamerika über ihre Häfen nach Europa transportiert wird. Und das geht einher mit ganz schlimmen organisierten Kriminalitätsstrukturen, die dann auch andere Bereiche, die im Grunde die gesamte Gesellschaft dann erreichen. In den vergangenen fünf Jahren haben sich die jährlich sichergestellten Kokainmengen in Hamburg verzehnfacht. 2023 waren es 35 Tonnen. Dabei spielen Insider-Informationen von Hafenarbeitern eine große Rolle. Das LKA setzt deshalb auf Beratung und Prävention. Wir zielen darauf ab, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hafen zu sensibilisieren und zu warnen. Jeder, der dort tätig ist, kann in das Visier des internationalen Drogenschmuggels geraten. Wir wollen, dass die Menschen wachsam sind. Und wir bewerben auch ein anonymes Hinweisgeberportal, sodass Menschen, die uns über kriminelle Umtriebe im Hafen informieren wollen, sich an die Behörden, an uns wenden können. An der Kampagne sind auch die Unternehmen im Hamburger Hafen beteiligt. Als Unternehmen, aber auch als Hafenwirtschaft insgesamt ist es für uns unerlässlich. Ich bin davon überzeugt, dass ein erfolgreiches Unternehmen auch immer ein sicheres Unternehmen sein muss. Und Sicherheit bedeutet eben nicht nur Arbeitsschutz, sondern gerade auch für einen Hafen wie Hamburg es ist, dass kein Schmuggel über den Hafen erfolgt und wir alles gemeinsam unternehmen müssen, um diesen zu unterbinden. Am 7. Mai kommen Minister aus europäischen Staaten in Hamburg zu einer Konferenz zusammen, um weitere Lösungen für die Bekämpfung des Drogenhandels zu erarbeiten.